Lange kann es bei Kylie nicht mehr dauern. Kylie Jenner startet hochschwanger ins neue Jahr. Die 24-Jährige erwartet 2022 ihr zweites Kind, und zwar schon bald, wenn man ihren neuesten Baby-Bauchpost betrachtet. Einige Fans vermuten sogar, das Baby könnte schon da sein. Ob Kylie uns mit diesem hübschen Foto hinters Licht führen will? Nachdem mehrere Tage auf ihrem Instagram-Kanal Funkstille herrschte, vermuteten einige Fans, dass die 24-Jährige ihr Kind bereits auf die Welt gebracht haben könnte. Doch pünktlich zum Jahreswechsel gab's von der Unternehmerin ein Update samt Baby-Bauchfoto und den Worten, Eine Anlehnung an den legendären Song von Helen Reddy, der Frauen rund um die Welt dazu inspiriert hat, an sich und ihre Träume zu glauben. Für Kylie scheint dies aufgegangen zu sein. Nicht nur, wenn es um ihre erfolgreiche Karriere als Unternehmerin geht. Auch ihr Wunsch nach einem Geschwisterchen für Tochter Stormi, 3, wird schon bald in Erfüllung gehen. Vater in Spee ist bekanntermaßen Rapper Travis Scott. Vater in Spee ist bekanntermaßen Rapper Travis Scott.